Joa mohe Leute, da sind wir wieder. Wir haben heute den 31. Mittlerweile schon 13 Uhr. Mittlerweile sieht es ja ziemlich chaotisch aus, aber ich war schon fleißig auf die letzte Nacht, habe ich fast durchgezogen. Also wie gesagt, ich wollte euch einfach mal zeigen, die Keller Kosmos ist ja ein Fächer verbunden mit 36 Schuss, jeweils in 6 Reihen, aber 6 Schuss und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie diese Fächeranordnung zustande kommt. Jetzt schneiden wir hier mal ganz vorsichtig auf. Hier ist die Ersatz-Zündschnur. Immer oberhalb. Einmal mit dem Messer lang. So, hier sehen wir jetzt erstmal gar nichts. Aber da unten sehen wir schon was. So, dann werden wir mal die Sturmseite hier nehmen. So. So. Letztendlich ist hier die Hauptschulsschnur. Und hier haben wir jetzt im Grunde genommen dieses Take-Match verleitet. Verscheid gleich. Sechs Schuss. Immer als Zweierpärchen. Mal eine kleine Pause. Wieder die Sechs Schuss. Und schnell verbunden. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja. Wieder die Hauptschulsschnur. Zack. Rüber. Kurze Pause, um den Effekt auch abzuwarten. Dann wieder. Zack. Rüber. So. Und das ist eigentlich ein Grundprinzip von diesen Fächerbombetten. Ja.